Hallo und herzlich willkommen zu Let's Build a Compiler. Ihr möchtet eure eigene Programmiersprache entwerfen, wisst aber nicht, wie ihr den entstandenen Code danach zu einem ausführbaren Programm kompiliert? Oder ihr interessiert euch einfach nur für die Magie, die in Compilern steckt? Dann habt ihr die richtige Quelle gefunden. Ich zeige euch, wie ihr euren eigenen Compiler schreibt, praxisnah und zum Mitmachen. Mein Name ist Yenki, ich wünsche euch viel Freude und macht mit. Wir werden den Compiler in Java schreiben, daher solltet ihr Grundlagen in Java-Programmierung mitbringen. Wenn Java nicht eure Lieblingssprache ist, keine Angst, das hier erlernte Wissen lässt sich ebenso in anderen Sprachen anwenden. Als erstes zeige ich euch, wie ein einfacher Prozessor funktioniert. Hier ist eine Simulation eines eben solchen genannten einfachen Prozessors. Dieser Prozessor hat sehr wenige Elemente, er hat nämlich nur einen Stack, den seht ihr auf der rechten Seite. Auf der linken Seite seht ihr die Befehle, die der Prozessor ausführen kann und das war es auch schon. LDC heißt Load Constant, IAdd heißt Integer Edition. Load Constant legt eine Zahl auf den Stack, die, die ihm als Parameter übergeben wurde. Als erstes also die 3. Ich führe diese erste Zeile aus und die 3 erscheint auf dem Stack. Danach das gleiche nochmal mit der 2 und IAdd nimmt die obersten beiden Zahlen vom Stack, addiert diese und legt dann das Ergebnis wiederum auf den Stack. Hier nochmal ein etwas komplexeres Beispiel. Wir haben die Rechnung 3 plus 2 mal 5. Hier wollen wir jetzt 2 mal 5 zuerst rechnen und dann erst 3 plus das Ergebnis von 2 plus 5 ausrechnen. Hier ist eine Möglichkeit, wie wir dies erreichen können. Zuerst legen wir die 3 auf den Stack. Dann legen wir die 2 auf den Stack. Jetzt allerdings werden wir nicht die 3 und die 2 mit IAdd zusammen addieren, sondern wir werden zuerst auch noch die 5 auf den Stack legen. Dann können wir die 5 und die 2 zusammen addieren. Erhalten auf dem Stack oben die 10 und darunter die 3. Und wenn wir die beiden jetzt zusammen addieren, erhalten wir das gewünschte Ergebnis die 13. Wie kommen wir also von unserer Rechnung, dem 3 plus 2, zu den Instruktionen, die wir eben gesehen haben? Dafür zerlegen wir unsere Rechnung zunächst und seine Bestandteile, nämlich der 3, dem Plus und der 2 und dann basteln wir daraus einen Baum. Aus diesem Baum können wir immer noch ablesen, was hier eigentlich passiert. 3 plus 2. Allerdings können wir hier auch die Instruktionen, die wir brauchen, sehr einfach ablesen. Und zwar, indem wir diesen Baum Post Order durchgehen. Post Order heißt, wir nehmen von jedem Knoten zuerst das linke Kind, dann das rechte Kind und dann den oberen Knoten, den Wurzelknoten. Das bedeutet in unserem Fall, wir nehmen zuerst das linke Kind, die 3, dann das rechte Kind, die 2 und dann die Wurzel, das Plus. Unsere Instruktionen sind entsprechend loadConstant 3, loadConstant 2 und dann iAdd. Das funktioniert immer noch, wenn das Beispiel ein bisschen komplexer wird. Zum Beispiel in diesem Beispiel. Hier zerlegen wir auch wieder unsere Rechnung in die Bestandteile und bauen dann einen Baum. Wie ihr schon seht, der Baum hat jetzt eine Ebene mehr. Aber das Prinzip funktioniert immer noch. Zuerst das linke Kind, hier die 3, dann das rechte Kind, das ist wieder ein Knoten der Kinder hat. Was bedeutet, wir müssen weiter nach unten. Also wieder erst nach links, die 2, dann nach rechts, die 5 und dann mal und dann Plus. Also sind unsere Instruktionen loadConstant 3, loadConstant 2, loadConstant 5, multiplizieren und dann addieren. Fertig sind unsere Instruktionen. Um den Baum zu erstellen, haben wir unsere Operatoren Plus und Mal als Wurzelknoten genommen und die Operanten als Subknoten angehängt. Dabei kann ein Operant auch wieder eine Rechnung sein. In dem Fall trägt der Subknoten wieder einen Operator und wiederum seine Operanten als Subknoten. Wenn wir als Mensch das Ergebnis errechnen wollen, müssen wir dies von unten nach oben tun. Das heißt, wir berechnen zuerst 2 mal 5 und dann bleibt die Rechnung 3 plus 10 über, mit der wir das Ergebnis 13 erhalten. Bis jetzt waren unsere Bäume geradezu winzig. Aber stellt euch vor, wie groß die Bäume werden, wenn wir erstmal 1000 Zeilen Code haben, die wir kompilieren, die nicht nur einfache Plus- und Malrechnungen enthalten, sondern auch noch Variablen schleifen und so weiter. Hierfür brauchen wir eine übersichtliche Methode, wie wir unsere Bäume generieren können. Ein Tool dafür ist Antler. Wie ihr damit umgeht und euch Bäume generiert, zeige ich euch jetzt. Als erstes müsst ihr euch Antler herunterladen. Das könnt ihr auf antler.org. Hier findet ihr direkt auf der Startseite einmal den Download-Link bzw. auf der Quickstart-Seite für Windows. Das hier unten sollen übrigens Tab darstellen. Findet ihr das sogar als Link zum Anklicken. Ansonsten gibt es hier oben auch noch eine Download-Seite, wo ihr den Link auch nochmal findet. Schafft ihr schon. Außerdem braucht ihr das JDK. Das findet ihr am einfachsten, indem ihr bei Google nach JDK sucht. Dann ist es direkt das erste Suchergebnis. Ihr geht hier auf Download und findet hier für alle möglichen Systeme, was auch immer ihr habt, euer JDK. Wenn ihr Java regelmäßig entwickelt, dann werdet ihr das natürlich schon haben. Ich hoffe mal, dass das eigentlich der Fall ist. Wenn nicht, macht auch nichts, dann müsst ihr es jetzt sehr schnell lernen. Ich habe Antler für euch schon mal heruntergeladen und das Jar hier in das Lipverzeichnis abgespeichert. Und jetzt zeige ich euch, wie man damit umgeht. Als erstes benenne ich das Antler Jar mal um, weil der Name ist mir zu lang. Es muss auch einfach nur antler.jar tun für mich. Dann erstellen wir die Datei, die wir parsen wollen. Nenne ich sie mal Code.demo. Und da schreibe ich einfach nur rein 3 plus 2. Das soll unser erstes einfaches Programm sein. Dann brauchen wir außerdem eine Grammatik, die unsere Sprache beschreibt. Unserer Grammatik müssen wir auch einen Namen geben und der Dateiname sollte der gleiche sein wie der Name unserer Grammatik, nur mit der Endung Punkt G4. Außerdem wird empfohlen, dass Grammatiken mit einem Großbuchstaben beginnen. Daher nenne ich die Datei jetzt also mit großem D, Demo Punkt G4. In diese Datei schreiben wir als erstes den Namen unserer Grammatik rein mit dem Prefix Grammar. Und dann können wir Regeln definieren. Wir kommen fürs erste Mal mit einer Regel aus, nämlich unserer Additionsregel. nenne ich sie also Addition. Und die können einfach nur 3 plus 2. Mehr geht nicht. Das soll uns auch für das erste reichen. Und jetzt können wir Antler dazu bewegen, zu dieser Grammatik einen Parser zu generieren. Das machen wir, indem wir einfach Java minus Jar aufrufen mit unserem Antler-Jar und unsere Grammatik-Datei übergeben. Ihr seht dann, dass mehrere Java-Dateien hier entstanden sind. Die hat Antler für uns generiert. Und die werden wir jetzt als nächstes kompilieren. Zum Kompilieren müsst ihr beachten, dass Abhängigkeiten zu dem Antler-Jar bestehen. Deswegen müsst ihr das Antler-Jar dem Compiler mitgeben. Das macht ihr mit der Class-Path-Option, minus cp, lib und dann antler.jav. Und dann wollen wir alle Java-Dateien kompilieren, also Stern.java. Der Java-Compiler hat uns also einige Class-Files erstellt. Das ist jetzt unser ausführbarer Parser. Von Antler gibt es ein nettes Tool, welches uns einen Baum direkt darstellen kann. Das können wir jetzt aufrufen, indem wir mit dem Class-Path-Punkt, weil Punkt, das ist das aktuelle Verzeichnis, da liegt unser Parser, den müssen wir haben. Und mit Doppelpunkt getrennt auf Linux, auf Windows mit einem Semikolon getrennt, das Antler-Jar. Und dann die Klasse, die wir aufrufen, die den Baum für uns generieren kann. Das ist org.andler.v4.runtime.nisc.testrack. Wenn wir das jetzt einfach mal ohne Argumente aufrufen, dann kommt eine kleine Hilfeseite, die uns erklärt, dass wir mit diesem Programm alles anstellen können. Als erstes hätte es gerne den Namen der Grammatik. Das ist Demo. Dann den Namen der Startregel. Wir haben nur eine Regel. Die übergeben wir dann hier. Dann haben wir jede Menge Optionen, was wir hier machen wollen. Wir nehmen jetzt als erstes mal die Option "-goi", weil die zeigt uns den Baum an. Und Input-Filenames, das ist dann die Datei, die wir kompilieren wollen. Wenn ihr die weglasst, dann liest das Programm von StandardIn. Aber wir haben hier extra eine Datei erstellt. Sie hieß Code.demo. Hier seht ihr jetzt den generierten Baum. Und weil er unheimlich klein ist und ich nicht weiß, ob ihr den am Ende auf YouTube noch erkennen könnt. Man kann hier zwar ein bisschen zoomen, aber das ist nicht sehr viel. Dann werde ich den nochmal auf eine etwas andere Art und Weise generieren. Und zwar indem ich nicht "-goi", nehme, sondern "-ps". Und generiere damit unseren Baum. Die Datei kann ich jetzt nämlich ganz einfach öffnen. Und dann Vollbild anzeigen. Hier seht ihr jetzt also den generierten Baum. Und da fällt schon mal etwas auf. Nämlich, das Plus kommt doppelt vor. Einmal hier oben in dem Wort Addition. Da steckt das Plus drin. Auch wenn das nicht so offensichtlich ist. Und dann steckt das Plus nochmal hier unten drin. Wir wollen ja, dass unsere Operatoren immer oben im Wurzelknoten stehen. Deswegen interessiert uns eigentlich nur das Addition hier oben. Das Plus hier unten kann uns völlig egal sein nachher. Das dürft ihr gerne einfach ignorieren. Damit haben wir schon mal die erste einfache Aufgabe mit Antler erfüllt. Nämlich einen einfachen Baum erstellt. In den nächsten Videos zeige ich euch, wie ihr statt nur 3 und 2 beliebige Zahlen als Operanten akzeptieren könnt, wie ihr Kettenausdrücke wie 1 plus 2 plus 3 plus 4 akzeptiert, wie ihr weitere Operatoren hinzufügt, wie ihr ein ausführbares Programm erzeugt und vieles mehr. Wenn ihr euch für ein Buch über Antler interessiert, kann ich euch The Definitive Antler 4 Reference empfehlen. Ich packe euch einen Affiliate-Link in die Videobeschreibung. Wenn ihr das Buch oder eure neue Waschmaschine über den Link kauft, bekomme ich ein paar Cent ab und dann freue ich mich. Außerdem freue ich mich über Kommentare und Daumen. Hat es euch gefallen? Habt ihr Fragen? Von mir geht ein großes Danke an Garderole, der mir für die Aufnahmen sein Studio zur Verfügung stellt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut wieder rein, wenn es wieder heißt Let's Build a Compiler. Mein Name ist Yankee. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.